Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute mit Quentin, der... äh? Wurde ja überarbeitet. Zeigt sich nicht so, er ist schüchtern. Er sieht nicht mehr so hässlich aus. Damals? Klauen. Elefantenkopf. Wir haben Ruinen, so wie es klang. Äh, ich gehe mal auf die andere Möp-Seite. Da ist ein Totem am Baum. So. Ich spiele sehr ungern gegen den Clown. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber mir gefällt es gar nicht, dass der Clown im aktuellen Rift gefeatured wird. Oh, diese ganzen englischen Begriffe, die man einfach mittlerweile so inne hat. Gerade auch auf Spiele bezogen. Wenn halt einfach von dem Spiel die Originalsprache Englisch ist, übernimmt man halt dann davon die Begriffe. Und die sind dann so im normalen Sprachgebrauch. Manchmal nervt mich das selber von mir, dass ich so ganz viele englische Begriffe dann verwende. Die Fang ist so... Yolo, die Fang ist halt auch... Die macht jetzt hier direkt daneben die nächsten Jen. Das ist nicht clever. Nicht gut. Ach, so kacke. Hat mich gehört, oder? Stell doch mal den... Hä? Ich konnte gerade die... die Kiste nicht abstellen. Oh, hier ist Ruin. Du kannst dich doch selber heilen. Dann mach... Siehst du, ich mach Ruin weg. GG. Jetzt verteufelt der Boden. Ja, moin. Das war nicht Ruin. Und warum rennen die immer alle weg vom Haken? Jetzt wird drüben die Fang... aufgehangen. Und die kommen beide hier... Also die Jui war ja hier. Aber Jake kommt hier rüber gerannt. Was wird das? Wieso rennt mit dem Killer jetzt Richtung... Oh Gott. Oh Gott. Helf mir, bitte. Bitte, helf mir. Okay, wir haben noch irgendwo Ruin. Vielleicht ist das hinten im Kohleberg. Wie ist das? Es ist gar nicht das coole Werk, das ist der Grubenschacht. Er hat sich seinen Boost, seinen Sprint-Boost abgeholt. Okay, er hat sich wieder Boost geholt. Ja, ist mal ein bisschen dumm. Muss ich zugeben, war ein bisschen dumm von mir. Aber halt gegen den Clown. Was macht ihr denn Jen? Das ist... Cool. Ich sitze die ganze Zeit am Jen. Fang, man sieht dich gar nicht. Du siehst aus wie ein Stein. Fang, du kannst zurückkommen. Hallo? Bitte, hilf mir doch. Nicht schon mit dem Killer hierher, komm, Yui. Das ist groß. Obwohl, eigentlich muss ich Medikids aufbrauchen. Naja, aber sie hat geschaffen, das. Okay, wir hingen alle einmal. Okay, wir hingen dann jetzt zum zweiten Mal. Aber es ist der dritte Jen, den wir auf der Seite machen. Das ist eigentlich echt doof, Fang. Das ist richtig doof. So richtig doof. Das erinnert mich an meine Caleb-Runde. Oh. Oh. Lenton. Guck tief in dein Innerstes. Wer ist an? Oh. 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 Juhl rennt im Kreis, aber ich glaube, sie wird Richtung Jade gehen. Ich dürfte ja hinterm Jen eigentlich nicht gesehen haben, aber die Fang saß sichtbar, wenn er Barbecue hat. Deswegen teilen wir uns mal auf. Ja, er ist bei Fang. Ich hoffe, sie ist clever. Und rennt rüber auf die Seite, wo alle Jins gemacht sind. Das ist auch direkt ein Ausgang. Der Entschuldigung haben wir noch Müt. Da hat er Müt. Oh, ist ein Haken, ey. Wieso setzt ihr alle hier drüber auf die andere Seite? Da ist der Jen auch weit. Jetzt wird er den Jen halt auftreten gehen. Jake, der Killer ist noch hier. Sugerline Zeit. So. Geh Jen machen. Ich muss Medikit aufbrauchen. Geh den anderen... Jen, dort hinten. Eng. Sind jetzt alle hier dran? Sicher. So. Jake ist tot. Die sind alle tot, außer Fang. Oh, Ausgänge sind eigentlich gut für uns. Ich habe ja Adrenalin. Nicht Dussel. Ich hätte mich gar nicht heilen brauchen. Das ist, weil ich nie mit Adrenalin spiele. Denke ich da nicht dran. Also ich muss sagen, in-game sieht Quentin aber auch gar nicht mehr so hübsch aus wie in der Lobby. Guck mal. In-game hat er schon noch ein bisschen was von Gollum. Ich werde es bereuen. Look. Was ist denn? Der Ausgang ist nicht mal fertig! Haha! Hä? Was war das? Oh! Gottes Willen! Aber wir sind rausgekommen! Cool! War eine spannende Runde! Ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Dieser Quentin sieht in der Lobby noch ein bisschen hübscher aus. Alles so. Aber es ist schon eine Verbesserung zu vorher. Kann man nicht anders sagen. Danke fürs Zuschauen! Ich freue mich, wenn ihr nächste Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut! Bye bye! Adieu! Tschüss! 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 Tschüss!